und damit ein herzliches hallo und einen wunderschönen in die runde wie ihr hört ich werde immer kränker immer kränker ich hoffe es klappt die nächsten tage mit dem folgen dass es mich nicht ganz umhaut falls doch hier schon mal eine entschuldigung dafür aber ich bin bemüht ich bin bemüht wie immer aber solange es noch geht lasst uns mal noch ein bisschen was tun und zwar lasst uns unter die elektriker gehen wir haben ja zuletzt ganz fleißig uns den kühlschrank hier gegönnt schön ist er nur leider funktioniert er noch nicht und damit das alles funktioniert wollte ich hier ein bisschen hausverkabelung veranstalten das macht sich natürlich jetzt verdammt schwierig weil hier die treppe schon im weg ist ich bin mal so frech und reißt die treppe mal weg ich hoffe wir können sie wieder hinstellen da kommt es gibt bauholz ja ich hatte zuletzt das mal aufgefüllt gehabt hier den holzscheit ständer ja haben wir es läuft so weit alles aber was zu essen ja noch ein bisschen getrocknetes fleisch gebratenes fleisch super trinken habe ich kein wasser abgekocht bin ich ein step damit sie will gemütlich wird hier drin das ist ständig regnet ist kein wunder dass man krank wird oder wenn im real life und im spiel immer schlechtes wetter ist dann kann man nur krank werden so ich werde mir aber jetzt mal den hut aufsetzen weil ich jetzt gerade nicht gewillt bin zu schlafen dann cool das haben wir also was müssen wir machen wir brauchen zum einen relais die uns den ganzen quatsch ein stückchen unter die treppe schieben demzufolge würde ich jetzt sagen platzierbar mal gucken was der ganze quatsch kostet wandschalter elektrisches relay ich würde sagen wir setzen uns ein dorthin und ein dorthin und ein dorthin das sind die für unten mit mir hier die verkabelung nach drüben kriegen also unter der treppe durch sprich die treppe stört dann nicht eins zwei drei so haben wir mal gucken was sie uns kosten an material hier hatte ich den halt immer ein bisschen weg von der wand aber das war bei den wänden schon immer so unter der treppe soll es uns nicht stören für mich jetzt ebenfalls nicht also ein eisenbahn ein kupferbahn und vier schrauben gut eisen kupfer schrauben schrauben haben wir jetzt einfach mal alle mit 6 stück haben wir 1 2 3 4 5 6 und eisen 1 2 3 4 5 6 gut also 1 2 3 haben wir das gleiche auf der rückseite gut noch ein paar kabel bzw wenn wir die weg machen kabel löschen kabel löschen ok 2 also mal schön trotzdem noch ein paar kabel zack habe ich den kupfer zu viel mitgenommen wer weiß so wir verkabel dieses jenige hier unten mit diesem jenigen hier hinten haben wir dann dieses ich hoffe das funktioniert alles so wie ich mir das vorstelle mit diesen und dieses mit diesem gut wir sagen das haben wir soweit so und jetzt brauchen natürlich auch den strom da oben mal gucken wie kommst du jetzt am dümmsten hin ist preiswerteste sollte doch eine leiter sein oder türentreppen wir konnten doch mal halbleiter ganze leiter ja das ist das ist doof wir sind ja hier hin also noch mal jetzt am dümmsten da hoch hallo du kommst du kommst mal weg und du auch ja also noch mal leiter die braucht nur zehn nägel und stöcke zehn nägel zehn nägel genau eine nagelschere bitte na gut dann machen wir jetzt mal ein paar strecke haben wir hier noch und zack rüber da da komme ich nämlich hier wenigstens hoch so wir sind hier oben so der kühlschrank erstmal steht er ja hier ich weiß noch nicht wo der dann letztlich landen wird ich würde sozusagen hier erstmal strom in relais hier in die ecke packen wo wir dann das machen wir hinter den kühlschrank ja nein hat den hammer aus der hand was fehlt uns noch ein kupfer und ein eisen holmer dann haben wir zumindest die strom erstmal oben ein kupfer und ein eisen dadim badum 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 gut jetzt ist mein hammer her so, von dort zum Kühlschrank und jetzt wird es lustig jetzt ist mich die Frage gibt es eine Zwischenverkabelung von hier geht hier hoch und hin ok, gut das funktioniert super sprich, das haben wir schon mal sozusagen erledigt noch irgendwas die Verkabelung von hier auf die Dinger muss ich dann später machen so, jetzt kann die Treppe ja eigentlich wieder hin, würde ich sagen die Frage ist, kommen wir dann unten an die Ecke kommen wir dann noch da ran das ist probieren wir einfach so, wir brauchen Bretter und wie fahren wir denn? 3 ist ein bisschen wenig na, jetzt alles mal ein bisschen spielen und so, noch ein ja nun ist die Frage kommen wir da ran elektrisches Relais ja ok, super dann kann das Ding hier wieder weg schade um die Nägel diesen formschönen Automaten bitte hier in die Ecke naja, dann komme ich nämlich dort mal ran und zack funktioniert so, und unser Betonmischer die auch direkt wieder daneben und jetzt habe ich das Problem dass ich da nicht mal rankomme aha und ich komme nicht mehr her na super habe mich eingebaut mal gucken ob das funktioniert dass ich ah, ich kann es samt Kabel verschieben ok, gut war mir so nicht mehr bewusst so, und jetzt wäre ja die Frage aus Platzgründen packe ich das einfach so hier daneben geht eigentlich ganz gut aus weiter kann ich nämlich unsere Kisten hier her packen du kommst vor kurz weg so nah wie möglich hier ran bauen können passt genau also nicht, weil wir ja nicht genug Platz in der Hütte hätten aber ich hätte das gerne hier ein bisschen komprimiert und hier unten Aldiweil ähm Lehm und hier bin ich ständig unten dran vorbei und da denke ich eher mal dran als wenn ich das oben hinstelle ich sage mal solange wir noch eine ganze Menge produzieren müssen ist das hier unten gar nicht verkehrt so, trinken äh äh das hat man gesagt vor dem trinken immer fleißig essen so, und jetzt mein Wasser ja gebe mir mein sauberes Wasser und jetzt trinken super funktioniert sorry wenn ich amtsum ein bisschen schniefe aber es juckt in die Nähe so gut dann haben wir hier die Sachen soweit ich komme ran testen wir 10 davon 10 davon hier raus prima es läuft wie es soll nur noch ohne Strom weil ich es noch verkabeln muss also muss ich noch mal gucken der vordere Verteiler ging hier raus seht ihr den habe ich nun nämlich nicht gedacht komm du nochmal weg rechtes kabel löschen genau also du stolz ja gut alles gut und schön aber dann habe ich die verkabelung nach außen nicht was ich taste machen wir was anderes haben wir noch ein paar Schrauben jawohl ein Kupfer eins das setze ich mal einfach noch so ein Ding für außen Strom was Strom weil es in der Wand war super so dich möchte ich ich hoffe das passt oder wir können sie hier oben drüber setzen das ist ja gut nein gut ja du sollst der Verteiler für außen sein zack steckt Karte ist noch hier dran oder verbundene Schalter hängt irgendwie da dran auf das und das auf dich so immer den Hammer aus der Hand achso so können wir mal testen ob das funktioniert wenn ich irgendein Ölschiefer drinnen gehabt jawohl so Ölschiefer hier rein und du raus muss man nur anschalten eingehender ausgehender dann fehlt sozusagen hier noch die Verbindung von diesem zu diesem so dann sollte es jetzt einen Verbraucher geben ausgehender Strom eingehender Strom okay funktioniert gut das funktioniert das funktioniert dann brauchen wir noch die Verkabelung von diesem auf den von diesem auf den und von diesem auf den so gut nein nein so steht soweit alles gut aus dann sollte sogar der Kühlschrank jetzt Strom haben halt Kühlschrank ja ist an ja momentan haben wir noch nichts zum reintun kann man das nicht ausschalten ah heißt ich brauche nicht Schalter für den Kühlschrank weil ich den Kühlschrank deaktivieren will mal schauen ob wir stromtechnisch hinkommen in der letzten Staffel habe ich nochmal das Problem gehabt dass der Kühlschrank nach dem Neustart ausgegangen ist 195 rein 175 raus 21 verfügbar gut wir haben genug gespeichert wir lassen es erstmal so ich muss das einfach beobachten so dann darfst du wieder an deinen Platz gut haben wir erledigt du arbeitest prima dann haben wir doch das schlimmste schon geschafft oder mal gucken ob ich hier nicht irgendwo ich habe Kisten hoch bis hoch stapel oder irgendwas oder vielleicht später in Schrank hin mal gucken Elektrik läuft so du kannst mischen super und hier nee das hätte ich gern andersrum das hätte ich gern andersrum bin ich so dran gewöhnt ja weil so sieht das schön aus gut Werkstatt ist stromifiziert so hier haben wir noch ein bisschen Stahl rumliegen wieder dran gewöhnt dass die Kisten jetzt anders stehen super steht da war doch gar nicht so schwierig so das kann noch weg Ölschiefer auch wir haben noch Bretter wir wollten ja draußen ja auch eine Kiste stellen mal gucken ob wir das Ding ein bisschen da hin und dann von hier ein bisschen weiter rüber stellen können so gut das läuft und du Kiste du brauchst noch acht Bretter machen wir nicht gleich mal da habe ich das Material immer dort wo ich es brauche und nicht wo ich es gern hätte eins noch zack Tadam padam 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 da dahinter ah ja du Schaf da unten ja gut Öl gut da könnte ich die Ölkännchen mit hier rein wieder was geschafft läuft alles läuft alles hier nochmal ein paar Steine nachfüllen ihre wollen mich verhöhnen da unten weil spätestens wenn ich runter renne und die einsammeln will dann sind sie wieder verschwunden oder ich renne ewig hinterher so nochmal voll machen weil wir brauchen wieder neue Eisenbrocken haben wir ja jetzt alles aufgebraucht zum Glück haben wir zuletzt alles ordentlich was guck mal raus hier da ist noch ein Platz zum Glück haben wir zuletzt ja ordentlich durchgeschmolzen so das haben wir erledigt ja schlafen müssten wir dann auch bald mal wieder aber für so zu Hause rumrennen reicht das ja so Nägel hier rein Schrauben naja wir hatten mal mehr sagen wir es hier rum Kabel haben wir noch ich glaube da müssen wir jetzt nicht zwingend großmächtig welche nachbauen außer wir wollen noch mehr elektrifizieren was denn hier Beton warum guckt denn da Beton raus ach das ist von außen die Fondagen ja ich würde sagen lasst uns doch die Treppe Kleibeton machen jetzt haben wir doch Material immer einstecken so zack zack ja gut super na los soll ja sowieso nach nach Beton werden von daher ist das ja gar nicht so verkehrt was mich daran erinnert da muss ich jetzt echt mal wieder dranbleiben dass wir das nach kröften weil wir wollen ja noch eine Menge mehr aufwerten ach so ich habe den Hammer noch dahin geh mal weg so zack zack mischen rein damit ja gut Step 1 ist geschafft nicht viel aber immerhin Elektrik läuft Kühlschrank läuft yay wir haben endlich Kühlmöglichkeit und die haben wir ja nur geschaffen wegen dem was haben wir denn hier nicht Stunde 16 1,29 3,14 3,18 3,23 ja und die beiden die naja verschnappolieren wir so einfach vor allen Dingen könnt ihr euch daran erinnern dass ich geschrieben habe zwei Böcke allein zu Haus naja waren gar keine Böcke das war nicht gemeint ich und Mike sondern oder Mike und ich sondern das sind ja weibliche ich dachte es wären Ziegenböcke gewesen haha das war ursprünglich damit gemeint und ein männliches Huhn naja gut werden wir irgendwann mal noch ändern gut dann packen wir unseren ersten Milch in den Kühlschrank jawohl ja tada so die Eier auch prima gut und die packe ich auch mal weil die rein das sind zwar die älteren davon aber das stört ja nicht so wir können ja mal gucken was wir essenstechnisch vielleicht machen können mit den Sachen die wir so rum dümpeln haben was haben wir hier Eintopfmischung mhm Fleischrohes kriegen wir hin rohe Leber mhm ja müssen wir mal gucken gemischtes Gemüse und Milch so gemischtes Gemüse Gurke, Mais, Kartoffel, Zwiebel Gurke, Mais, Kartoffel, Zwiebel Gurke, Mais, Kartoffel, Zwiebel also Gurke, Mais, Kartoffel, mal gucken ob wir auch Zwiebeln haben Zwiebeln, na bitte also eine Zwiebel, zwei Zwiebeln, komm iss das mal essen drei und vier da können wir uns die Mischung vielleicht schon mal fertig machen so noch eine Gurke und noch eine Gurke wir haben eins, drei, vier Gurken viermal Mais ich brauche noch zwei Kartoffeln so sprich wir können die Mischung schon mal machen gut wo ist Fleisch ach wir haben ja noch ein Tier hier draußen ah dann kriegen wir doch was hin so aha was brauchen wir einen Zubereitungstisch jetzt wird es lustig Werk Bänke Schlachtertisch Zubereitungstisch das war Möbelküche ohne den geht das ja nicht was willst du haben zwei Holzscheite zehn Fretter zehn Nägel zehn Nägel wieder mal zehn Nägel lasst uns den Nagelclip holen wir brauchen unbedingt Eisen da wie Holzscheite zehn Bretter eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn stimmt und eins davon Mike was schmeißt du denn das Zeug da immer hier in der Weltgeschichte rum ne du kommst mit er kommt da egal so cool Batsch kommt er hier eine Gurke einmal Mais eine Zwiebel und eine Kartoffel zack was ja toll hätte ich das nicht besser sortieren können haben wir zumindest viermal Gemüse und damit das nicht verdirbt packe ich das mal hier rein mal eins nur zwei nur drei verdirbt das irgendwann mal ja in zwei Stunden äh super so eine Milch haben wir ja also können wir ja mal gucken hier habe ich mich beim letzten Mal noch das Zicklein äh das Reh gefangen weil das sprang hier unten rum und nervte toll irgendwas ist hier ganz immer ganz krumm dahin dahin cool wir haben Rost können wir uns den direkt waschen geht das ne na los komm ich kenne mein Glück ich esse dann wieder einfach irgendwas hier wagen du kommst schon mal hier raus wieder stehst du uns den Weg sprich wir können uns potenziell das erste Essen machen oder nehmen wir uns das mal raus Zubereitungstisch jetzt bin ich ja mal gespannt da Leber Fleisch Gemüse und Milch die Milch die erste Milch also nochmal zack Eintopfmischung herstellen so der achte Schritt ist getan und nun ist halt die Frage was fehlt dir jetzt noch das habe ich mir nicht gemerkt Eintopfmischung eine Melone da haben wir noch gar keine drei Pilze und zwei Eier Pilze kriege ich besorgt Melone müssen wir mal gucken weil die habe ich bisher immer gegessen wenn ich sie gesehen habe gut dann hier rein ich hoffe es verdirbt nicht und falls wir brauchen was man mal gucken kann gab es so was wie Eier und Speck Speck Ei Milch Gemüse Ei Kürbis Milch und gemischtes Gemüse was war das Fleisch Eintopf okay dann müssen wir sozusagen erst und überhaupt und sowieso bisschen du kleine Ratio und nicht verdammt die auf okay Roßuhnen Melone jetzt muss man sich erst mal alles merken Kartoffel mit einer Kartoffel Kuchenmischung wo ist Kartoffel Kuchenmischung was war das Eikürbismilch gut heben wir uns sozusagen noch auf den Gedanken wir brauchen definitiv Melone was mich jetzt bewundert ist hatten wir keine Melone als Samen wir haben doch ein paar gegessen Wasser Melone Kürbis Kartoffel Kürbis Mais Melonsaat Tja Mike dann wirst du wohl oder übel auch mal ein paar Melonen einpflanzen müssen ich könnte ja von da unten die hoch schlänzen jetzt haben wir noch einen Platz ja was ich pflanze die mal da unten ein noch haben wir Sommer noch kann das hier draußen alles wachsen wo ich dann halt dran denken muss ist dann wenn es dann im Wintermonat geht dass wir das eventuell nach oben ziehen auch nicht dass die Freunde aus der Nachbarschaft uns die einfach klauen dann gibt es ja guck mal da ist auch noch was oder wir das soll ja sowieso weg das soll ja sowieso weg dann pack ich die jetzt mal schnell hierher mal gucken ob wir irgendwann mal die Hütte hier abgerissen kriegen Energie ist alle wir müssen dann doch langsam schlafen passt mal auf ich schmeiße euch die schon mal hier rein da könnt ihr nämlich schon mal wachsen so und dann hole ich die anderen und dann gehen wir schlafen und dann haben wir eine durchaus erfolgreiche Runde mal wieder hingelegt elektrik passt ja ja du bist müde ich weiß du kannst gleich schlafen meiner Melone ist drin ja was haben wir als nächstes offen also kochen können wir dann Melone brauchen wir für diverse Sachen die hätten wir dann sozusagen zumindest irgendwann in 1-2 ingame Tagen wenn die gewachsen sind dann halt mal gucken was der Strom sagt ob der Strom soweit hält dass wir den Kühlschrank betreiben können ohne dass er ausgeht da muss ich wirklich mal drauf aufpassen nicht dass wir die Sachen im Kühlschrank verderben wäre natürlich nicht toll ja dann die Hütte hier abreißen ist zwar schade drum aber naja hier brauchen wir sie nicht wir können sie auch stehen lassen so als altes Relikt mal gucken wie ich Lust und Laune habe so also hier Melone rein zack und hier Melone rein schade schade dass die jetzt kein Wasser haben weil sie im Trocknen transportiert haben mal gucken Wasser naja wir haben doch hier unten Wasser das Schöne das Wasser steht uns bis zum Hals gut zack und zack super würde ich sagen perfekt haben wir noch irgendwas in der Hütte was wir noch brauchen eigentlich nö nur die Bergbänke komm wir stellen die hier rein die Sägebänke ist nicht die Bergbänke ist nicht die Sägebänke oh Gott da ist noch ein Wasserpott das kann alles hier stehen bleiben das stört uns nicht außer wenn wir dann unsere Markierungen verschieben wollen Mike wo gehst denn du lang hat er auch gemerkt dass er durch den Plan kommt oder wegesser Mike kann zaubern so dann haben wir dort noch ein bisschen was aufzuwerten gucken wir mal ob ich jetzt hier lang komme oder ob ich mir jetzt selbst hier ein Ei gegraben habe ok geht wir haben hier noch eins zwei drei Fundamente also 15 braucht der Pro vier fünf fünfundsiebzig Zement dann können wir zumindest die fertig machen aber wir müssen schlafen gehen oh er jammert schon er jammert schon komm wir gehen mal eine Runde schlafen da genug Energie getankt das muss erst mal reichen so Aschen mal leer machen das ist immer so verführerisch zu sagen okay man hat genug Platz und dann hat man die Taschen voll ja und am Ende hat man so viel drin dass man sich kaum noch bewegen kann leh jetzt wird es natürlich lustig weil jetzt schleich ich vor mich hin schleich ich vor mich hin dumm ba dumm bam bam so wir packen den ganzen Quatsch mal hier rein setzen gleich noch was neues an dann würde ich sagen haben wir doch eigentlich eine sehr sinnvoll coole Runde hingelegt dann haben wir noch ein bisschen Einzelbeton nee nicht alles sondern Einzel zack jetzt auch aus der Tasche was haben wir gesagt 75 naja dann muss man sozusagen noch ein kleines bisschen sammeln das läuft das läuft Sand haben wir machen wir einfach mal so weil auch Eisenbahnen brauchen wir für unseren nächsten Spaß dem wir vor haben eins fehlt noch zack so 1,2 komischerweise Cola ist irgendwie noch nicht so wirklich zum Thema geworden dass die Pferde geht an gut wieder rein so wir haben noch ein bisschen Stahl naja würde ich sagen das läuft unsere Essensversorgung ist soweit auch in Ordnung dann können wir mal gucken was wir als nächstes treiben wir wären schon ganz dran gelegen vielleicht noch diesmal wirklich in Ziegenbock zu organisieren oder in weibliches Hühnchen aber ab und zu rennt hier hinten nochmal ein Bär rum da guck da ist es doch naja habe ich die richtigen Pfeile drin gehabt nein ich habe die falschen Pfeile drin gehabt ach Mensch halt irgendwann rennt hier nur ins rum wir haben noch eine Chance quatsch was mache ich denn nur so rum die hierher die hier rein irgendwo gackert es noch mein Pfeil wieder her habt ihr da auch gehört oder da na hallo drückt mir die Daumen drückt mir die Daumen dann haben wir ja für heute klein noch ein Erfolgserlebnis vielleicht mal sehen Tür zu das wäre natürlich jetzt super so ungeplant frisches Hühnerfleisch ausgewachsen weiblich männlich na super hier gibt es noch eine Milch die packen wir schon mal in den Kühlschrank ach so essenstechnisch da haben die genug nein kümmere dich um die Hühner gut dann packe ich das jetzt mal in den Kühlschrank dann haben wir ja eigentlich den guten soll für heute wir haben ein bisschen rohes Huhn zum kochen hier noch ein bisschen rohes Huhn noch eine Flasche Milch übrig dann würde ich sagen danke fürs Zuschauen danke für euer Interesse schön dass ihr mit dabei wart ich hoffe wir bleiben weiter so erfolgreich in unserem Bestreben und dann denke ich mal sehen wir uns morgen wieder in Art der Frische ich hoffe in Art der Frische falls nicht wie gesagt ich kränke ein bisschen ich bin bemüht extrem bemüht also in diesem Sinne Tschüssi Kowski und Bye Bye